was geht ab meine lieben freunde ich habe euch mal gesagt ich werde euch ein video machen über meine lego stadt und ja ich werde euch so ein video ein schnitt video machen ihr seht alle ecken von der lego stadt und dann fangen wir mal an gut let's go so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So meine lieben Freundinnen, das war es über meine Lego Stadt. Ich würde mich freuen für ein Like und ein Subscribe. Ich habe viele Legos, wie ihr hier seht. Ich habe auch schon Stop Motion gemacht aus Lego. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ich für Stop Motion machen soll. Das war eigentlich noch cool, weil ich kann eigentlich hier alles, jeder Stop Motion machen. Und ja, vielen Dank. Tschüss. Ich werde auch noch ganz sicher weitere Legos wieder machen. Okay, tschüss.